Wir kennen schon viele Hunderassen. Die meisten eignen sich für Tierliebhaber, um sie als Haustier immer bei sich zu haben. In den Weiten der Welt gibt es aber auch Hunde, die eine ganz andere Aufgabe haben. Der kaukasische Oatsharker beispielsweise gehört zu den größten Hunden der Welt und beim Anblick bleibt einem schon mal der Atem weg. Seine Statur, seine Größe und seine gewaltige Kraft haben aber auch eine Geschichte. Er wurde einst gezüchtet, um gegen die Bären in den Bergen von Kaukasus anzutreten. Sie sehen zwar unfassbar angsteinflößend aus, doch hinter den großen Tieren verbirgt sich ein liebevoller Hund, der vor allem im Sommer durch sein kräftiges Fell echte Probleme kriegt, denn in der warmen Jahreszeit kommt der Vierbeiner sehr schnell an seine Grenzen. Glücklicherweise gibt es auch Tierschützer, die sich verdammt gut mit den ausgefallenen Hunden verstehen.